Bürgerkriegsähnliche Szenen mitten in Deutschland. Entstanden sind diese Videoaufnahmen in sozialen Brennpunkten. Ganze Stadtteile werden von den Behörden mehr oder weniger sich selbst überlassen. Hier wohnen Menschen oft unter unwürdigen Bedingungen und verwahrlosen immer mehr. Und das in einem der reichsten Länder dieser Welt. Die Arbeitslosigkeit liegt weit über dem Durchschnitt. Ihre Begleiter sind Gewalt, Drogen und Prostitution. Hier hat man keine Perspektive außer Drogen, Kriminalität und Waffen. Das ist das Einzige, was man hier hat. Hier fühlt sich sogar die Polizei machtlos. Denn hier gilt das Gesetz der Straße. Plans, die ihr eigenes Rechtssystem etablieren und die staatliche Ordnung eben auch nicht mehr anerkennen. Soziale Brennpunkte sind Pulverfässer kurz vor der Explosion. Fachleute befürchten, dass die Flüchtlingswelle die angespannte Lage in den sozialen Brennpunkten noch weiter verschärfen wird. Wenn die Kommune es irgendwie angesichts dieses Zustroms an Flüchtlingen einrichten kann, dann sollte sie es vermeiden, Flüchtlinge in soziale Brennpunkte zu stecken. Wir haben fünf soziale Brennpunkte in Deutschland besucht. Einige sind bekannt, andere befinden sich in Städten, wo man sie eigentlich nicht vermutet hätte. Brennpunkt Nummer 1. Die Siedlung am Kölnberg im Kölner Stadtteil Meschenich. Der Dom, der Rhein, die Kölner Lichter und der Karneval. Im Imagefilm zeigt sich die Stadt von ihrer Schokoladenseite. Köln-Meschenich gehört allerdings nicht dazu. Drogen und Müllberge prägen das Bild der Hochhaussiedlung am Kölnberg. Für viele Bewohner ist das Viertel ein in Beton gegossener Albtraum. Wir wohnen nur Arschlöcher, Assoziate Schweine. Assoziate Schweine. Ich wohne seit Viertel. Du bist das Größte. Verwiss ich. Die Polizei wird hier immer wieder mit Überfällen konfrontiert. Gelte, Gelte. Ich habe kein Geld. Ich bin rein. Die Plattenbauten am Kölnberg sind vom Stadtzentrum wie abgeschnitten. Nur eine einzige Straße führt dorthin. Sie ist von Wohnwagen gesäumt, in denen Prostituierte ihre Freier empfangen. Am Ende der Straße neun Betonklötze aus den 70er Jahren. Hier leben 4000 Menschen aus 60 Nationen. Jahr für Jahr werden hier Hunderte von Haftbefehlen vollstreckt. Meistens geht es um Körperverletzungen oder Drogendelikte. Die Stadt hat Automaten aufgestellt, damit die Junkies saubere Spritzen zur Verfügung haben. Aber das ist nicht mal ein Tropfen auf dem heißen Stein. Möche nicht die ganzen Nutten und so, die ganzen Drogen hier auf dem Boulevard, die Spritzenkatastrophe. Familien, kleine Kinder und einfach hier Drogen verkaufen. Der Kölnberg sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Grauenvolle Schlagzeilen. Juni 2014. Am Kölnberg hat sich ein unfassbares Verbrechen ereignet. Ein Unbekannter wirft am helllichten Tag eine stark verweste Leiche aus dem 9. Stockwerk. Der Mann starb an einer Überdosis. Der Ausländeranteil am Kölnberg beträgt 80 Prozent. Jeder Vierte im arbeitsfähigen Alter ist hier langzeitarbeitslos. Es gibt dort kaum eine Familie ohne Hartz-IV-Empfänger. Die Kriminalitätsrate liegt vor allem bei schweren Delikten wie Raub oder Körperverletzung weit über dem Kölner Durchschnitt. Deshalb hat die Siedlung ihre eigene Polizeistation in einer Wohnung im ersten Stock. Polizei-Oberkommissar Sven Pastors arbeitet seit November 2014 hier. Ein Traumjob sieht anders aus, denn hier wird man immer wieder mit den Abgründen der Gesellschaft konfrontiert. Oben haben sie jetzt das Besteck zum Beispiel liegen. Die Treppenhäuser der Plattenbauten sind bei Drogensüchtigen beliebt. Hier spritzen sie sich Heroin. Die Aufgänge werden auch gerne als Toiletten benutzt. Polizeiarbeit am Kölnberg, das ist wie ein Kampf gegen Windmühlenflügel. Diese Flure werden sehr häufig dann auch dazu genutzt, einen Unrat zu beseitigen. Mal gespannt, was auf dem Weg nach unten sich jetzt so noch ergibt. Sehr häufig finden wir auch Menschen, die gerade da ihrem Drogenkonsum nachgehen. Und auch das findet der Polizist vom Kölnberg immer häufiger. Rassistische Wandschmierereien. Durch den Zuzug von Flüchtlingen kommt es zu Konflikten zwischen Deutschen, ehemaligen Gastarbeitern und Neuankömmlingen. Namensschilder sucht man an vielen Briefkästen vergeblich. Die Bewohner bleiben lieber anonym. Ideale Bedingungen für jeden, der nicht gefunden werden will. Die melden sich nicht an, die wechseln die Wohnungen und schreiben natürlich auch nicht ihre Erreichbarkeit auf den Briefkasten. Franco Clemens war zweieinhalb Jahre Sozialarbeiter am Kölnberg. Dann strich die Stadt seine Stelle. Kein Geld. Aber ohne staatliche Hilfe kann die Spirale aus Armut, Hoffnungslosigkeit und Gewalt nicht durchbrochen werden, glaubt Franco Clemens. Hier muss es eigentlich einen runden Tisch geben. Aus Land, Kommune und Bund. Die Kommune alleine wird es nicht schaffen. Und dann muss jeder seinen Teil dazu beitragen, natürlich finanziell, so wie eben mit entsprechenden Konzepten, massiv in diesen Brennraum reinzugehen. Und dann wäre das Problem lösbar. Aber die Kommune alleine wird es nicht schaffen. Bernd Petelkau ist Parteivorsitzender der CDU in Köln. Er kritisiert, dass die Probleme am Kölnberg seit Jahren bekannt sind. Doch in den Griff bekommt sie die Stadt offensichtlich nicht. Wir halten die Situation weiterhin für sehr dramatisch. Er hat sich in den letzten Jahren auch nicht deutlich verbessert, weil einfach dort eine wahnsinnige Zusammenballung von vielen sozialen Problemen zusammenkommt. Und wir die große Befürchtung haben, dass wir hier einen großen rechtsfreien Raum zunehmend haben, wo sich die Polizei auch selber nur noch in Mannschaftsbewusstärke hintraut. Das können wir nicht akzeptieren. Und da muss was passieren. Es muss eine Kombination aus Sozialarbeit, aber auch aus der Ordnungsmacht heraus sehen, dass wir diesen Bereich auch stärker unter Kontrolle bekommen. Soziale Brennpunkte wie der Kölnberg sind der ideale Nährboden für Parallelgesellschaften. Die Gewerkschaft der Polizei warnt seit Jahren davor, dass Familienclans dort ungehindert ihre eigenen Gesetze aufstellen und durchsetzen. Oft auch mit Gewalt. Das ist eigentlich die Subkultur da, dass sich Gruppen bilden, die glauben, die Stadtteile unter sich aufteilen zu können. Also Clans, die ihr eigenes Rechtssystem da etablieren und die staatliche Ordnung eben auch nicht mehr anerkennen. Das merkt man dadurch, dass sich für die ein eigenes Rechtssystem bildet. Selbst bei Schlägereien zwischen diesen Gruppen, wenn es da ethnische Konflikte ergeben, werden die im Regelfall selbst gelöst. Wenn die Polizei natürlich davon Kenntnis hat, versucht sie natürlich einzuschreiten. Und man stellt dann fest, dass im Prinzip kein Zeuge da ist oder die Leute auch keine Angaben machen wollen. Und die versuchen dann, diese Angelegenheiten selbst zu regeln. So zum Beispiel im Juni 2015, als es zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen kam. Bilder einer Überwachungskamera zeigen, wie zwei Jugendliche vor einem Kiosk durch mehrere Schüsse verletzt werden. Während die Täter unerkannt entkommen, suchen die Opfer Schutz im Kiosk. Wenn das Gefühl ist, ich gehe durch eine Stadt und habe Angst da oder werde belästigt, dann kann ich, glaube ich, von Angst träumen oder auch von No-Go-Elias sprechen. Insbesondere, wenn Jugendliche wanden dann auftreten und auch gegenüber der Polizei äußern, dass die Polizei da nichts zu suchen hat, das wäre ihr Stadtteil. Ich glaube, dann sind wir schon so weit, dass wir von Angst träumen bzw. auch das ruhig scharf definieren dürfen mit No-Go-Elias. Die Bewohner von Kölnberg haben zu viel Zeit und zu wenig Geld. Ihr Treffpunkt ist der Kiosk. Dort entlädt sich immer wieder ein explosives Gemisch aus Frustration und Aggression. Hier wohnen nur Aschröcher, asoziale Schweine. Asoziale Schweine. Ich wohnen seit Vögen. Du bist das Größte. Verwiss dich. Verwiss dich. Verwiss dich. Sagt dir, Leute. Welches Nümmerchen haben Sie denn? Der Sozialpsychologe Professor Jürgen Friedrichs hat sich intensiv mit der Siedlung am Kölnberg beschäftigt. Er sieht das Hauptproblem darin, dass sich dort keine homogene Gruppe bilden kann, weil jeder in seinem eigenen Kosmos lebt. Wenn Menschen unterschiedliche Ansichten darüber haben, wie laut man sein kann, inwieweit man Auseinandersetzungen mit Alkohol fühlt, inwieweit es zu Schlägereien kommt, dann ist es sehr schwierig, eine Integration zu bewerkstelligen. Der zweite Grund, warum es so schwierig ist, die Leute wohnen dort nicht sehr lange, oder viele jedenfalls nicht sehr lange, sodass durch den ständigen Wechsel immer stärker wird die Unsicherheit, wessen Normen gelten, sodass sich also nicht eine lange dort wohnende Bewohnerschaft mit ihren Vorstellungen durchsetzen kann. Am Kölnberg leben 600 Kinder und Jugendliche. Es gibt einen Spielplatz und einen Jugendclub, der meistens geschlossen ist. Auch die einzige Kindertagesstätte machte aus Sicherheitsgründen dicht. Denn viele Anwohner werfen ihren Müll einfach aus dem Fenster, der dann im Garten der Kita landete. Wenn da irgendwie die Fahrräder vom Himmel fallen, oder die Waschmaschine runterkommt und unten ist ein Kind im Garten, ist das ein Problem. Oder wir hatten sogar eine Leiche vom Balkon fliegen vor einem Jahr. Das sind natürlich Dinge, mit denen man dann als Praktiker nicht unbedingt in der Kinderarbeit konfrontiert werden möchte. Für Polizist Sven Pastors, dessen Schicht gerade zu Ende geht, sind die vermüllten Grünanlagen ein vertrauter Anblick. Die Mitarbeiter der Wohnungsbaugesellschaft sammeln hier Tag für Tag zwei Container voll Müll ein. Zu ihrer eigenen Sicherheit tragen sie bei der Arbeit Schutzhelme. Die machen das Fenster auf und schmeißen ihren Dreck einfach raus. Und was unten passiert, das ist denen egal. Was wird da aus dem Fenster geworfen? Alles, da können Sie ja mal reingucken hier. So PC-Teile, das war jetzt eine komplette Box. Also wenn Sie die von oben auf den Kopf kriegen, dann war es das. Wenn jetzt in solche Siedlungen noch Flüchtlinge dazukommen, das heißt in soziale Brennpunkte, dann wird sich das Problem verschärfen. Und wenn die Kommune es irgendwie angesichts dieses Zustroms an Flüchtlingen einrichten kann, dann sollte sie es vermeiden, Flüchtlinge in soziale Brennpunkte zu stecken. Denn die Siedlung am Kölnberg steht schon jetzt kurz vor dem Kollaps. Konzepte, wie das Leben dort lebenswerter werden kann, gibt es genug. Sie müssen nur in die Tat umgesetzt werden. Die nächste Station auf unserer Reise durch Deutschlands soziale Brennpunkte, die Eisenbahnstraße in Leipzig. Leipzig, der Wendegewinner. Im Imagefilm präsentiert sich die Stadt jung, kreativ und familienfreundlich. Leipzig, eine Stadt mit viel Lebensqualität. Doch in der Eisenbahnstraße ist davon nichts zu spüren. Die alten Häuser verrotten, die Arbeitslosenzahl ist enorm. Kriminalität und Drogenhandel auf offener Straße gehören zum Alltag. Hier lebt man gefährlich. Hier auf dem Parkplatz wurde jemand in die Beine geschossen. Freiwillig zieht hier niemand her. Und ich kriege nicht ganz 800 Euro Rente. Die Eisenbahnstraße zieht sich eineinhalb Kilometer durch den Leipziger Osten. Die Mieten in den heruntergekommenen Häusern sind günstig. Die Arbeitslosenquote liegt bei über 17 Prozent. Zwischen Ein-Euro-Shops und Dönerläden kämpft eine Frau gegen das Elend. Der Sozialladen Tante E wird von Gabi Edler geleitet. Sie ist Anlaufstelle für Obdachlose, Straßenkinder und Drogenabhängige. Hier bekommen die, die ganz unten sind, etwas zu essen und das Gefühl, akzeptiert zu werden. Ich bekomme keine Gelder. Ich lebe nur von Spenden. Und habe das jetzt 40 Jahre, werden das 15, geschafft. Ohne öffentliche Gelder. Und das hat noch keiner geschafft. Ich habe noch nie gesehen, dass die Stadt in Leipzig Osten jemals jemand unterstützt hat. Konstantin ist drogenabhängig, schon sein halbes Leben lang. Er kommt regelmäßig her, denn bei Gabi Edler findet er immer ein offenes Ohr. Das sind doch alles, ich sage immer, verdammt nochmal, das sind doch alles Menschen. Da kann man doch nicht einfach so drüber weggucken. Ich begreife das nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe 30 in die Lehre gebracht. Als allen ist was geworden. Und Vierer fahren Straßenbahnen. Die mussten mal erleben, wenn die mich sehen auf der Straße. Und da bümmelt die wie Sau. Da sind die ganz verrückt, das ist ja klar. Auch Konstantin möchte arbeiten und von den Drogen runterkommen. Denn alleine 2012 gab es hier acht Drogentote. Wir begleiten den 26-Jährigen nach Hause. Der Hartz-IV-Empfänger ist in der Eisenbahnstraße groß geworden. Er nimmt Heroin und Crystal Meth. Als er damit anfing, war er 13 Jahre alt und vom Leben schon ziemlich gebeutelt. Also damals hat sich mein bester Kollege das Leben genommen. Ja, und das ist ein Grund gewesen. Trennung meiner Eltern war ein Grund. Naja, vielleicht in dem Viertel ist es auch nicht so einfach, so einfach ein normales Leben zu führen. Weil man viel konfrontiert wird mit Sachen, die jetzt nicht so zum normalen Leben gehören. Menschen wie Konstantin haben kaum eine Chance, außerhalb des Viertels eine bezahlbare Wohnung zu finden. Für die sozial Schwachen ist die Eisenbahnstraße eine Einbahnstraße. Wenn man jetzt mal im Leipziger Zentrum West nach einer Wohnung für Hartz-Viegel-Recht suchen würde, dann findet man keine. Und ja, das komprimiert sich halt so in diese Stadtteile, wo halt viel Kriminalität und alles mögliche floriert. Und da gibt es halt auch die Hartz-IV-Wohnung. Woanders gibt es sie gar nicht. Weil dann immer 50 Euro mehr als Hartz-IV-Bedarf ausgeschrieben wird für die Wohnung. Und da hat man auch keine Chance. Seit 2010 gibt es in der Eisenbahnstraße ein Sozialwarenhaus. Hier können Menschen, die jeden Cent dreimal umdrehen müssen, für wenig Geld Möbel und Kleidung kaufen. Zu dem Kunden gehören nicht nur Hartz-IV-Empfänger, sondern auch viele Aufstocker und Rentner, die an der Armutsgrenze leben. Und ich kriege nicht ganz 800 Euro Rente. Und die Küche ist höchste Eisenbahn. Ich konnte bisher nicht wegen Geld. Und für 627, so wie ich sie mitgenommen habe, kriege ich auf dem Markt keine Küche. Da geht es bei knapp 2000 los. Verkäuferin Nicole Hafsi wird hier immer wieder mit harten Schicksalen konfrontiert. Und daran gewöhnen wird sie sich nie, sagt sie. Aber uns sind ja da auch die Hände gebunden. Es gibt ja keine anderen Möglichkeiten, das irgendwie zu ändern. Aber uns tut es dann selber schon in der Seele weh, weil man die Menschen dann so hier bedienen muss. Oder in diesem gewissen Fall dann eben nicht bedienen kann. Weil diese Menschen dann eben noch ein, zwei Monate warten müssen, um sich vielleicht eine Couch leisten zu können oder ein neues Bett. Und ja, das ist schon sehr hart. An Orten, wo die Armut regiert, dort gedeiht auch die Kriminalität besonders gut. Nicole Hafsi wohnt selbst nicht hier, hat aber miterlebt, wie es mit dem Viertel immer weiter bergab ging. Und sicher fühlt sie sich hier schon lange nicht mehr. Hat man dann vielleicht ein mummiges Gefühl, wenn man hier abends von der Arbeit durch die Eisenbahnstraße gehen muss? Ja. Wie fühlt sich das an? Äh, beängstigend. Warum? Ja, ich sag mal, man hört viel. Einiges bekommt man ja auch mit. Gott sei Dank ist noch nichts vorgefallen, aber trotzdem halt, vor allem abends, wenn es dunkel ist. Die Angst ist nicht unbegründet, wie diese privaten Videoaufnahmen beweisen. Ein Mann schlägt mit einem Vorschlaghammer auf einen Jugendlichen ein, der am Boden liegt. Vermutlich der brutale Höhepunkt eines Streits zwischen rivalisierenden Banden. Solche Szenen sind in der Eisenbahnstraße leider nichts Ungewöhnliches mehr. Auch Konstantin wurde bereits Zeuge einer blutigen Fede zwischen zwei Familienclans. Hier auf dem Parkplatz wurde jemand in die Beine geschossen. Da ist vor einem Jahr circa eine Fede gewesen zwischen Zigeuner- und Araberclans. Nach der Schießerei wurde eine Wache im Viertel eingerichtet. Die Polizisten sollen für Ruhe sorgen und wurden dafür mit Sonderrechten ausgestattet. Also wir sind jetzt gerade hier auf der Höhe der neuen Polizeistation auf der Eisenbahnstraße. Die wurde eröffnet, weil die Kriminalität immer schlimmer wurde hier und das jetzt zum Brennpunkt erklärt wurde. Dementsprechend dürfen Leute auch ohne Verdacht auf der Straße kontrolliert werden. Und ja, selbst Wohnungsdurchsuchungen sind erlaubt ohne Beschlüsse. Sehen Sie gleich, wer nichts zu tun hat, schlägt den Tag tot. Und Angela Merkel besucht die No-Go-Area. Soziale Brennpunkte in Deutschland. Sie sind geprägt von Hoffnungslosigkeit und brutaler Gewalt. Drogensüchtige in der Leipziger Eisenbahnstraße. Insider bestätigen, dass sich hier mehrere Clans den Drogenhandel untereinander aufteilen. Dieses Café soll laut Aussagen von Anwohnern ein Hauptumschlattplatz sein. Die tun ahnungslos, die sagen dann, ja, das sind ganz normale Kunden, ich kann nichts dafür, was meine Kunden machen. Und so sind sie fein raus. Aber am Ende, die Kaffeebesitzer haben das Geld, um große Mengen von Drogen zu holen, geben das den kleinen Dealern, die es auf die Straße verkaufen. Und am Ende macht die Großkohle der Kaffeebesitzer. Auch die verstärkte Polizeipräsenz hat den Drogenhandel bislang nicht wesentlich eindämmen können. Armut und Gewalt verfestigen sich, weil in solchen Gebieten positive Verhaltensmodelle fehlen. Nicht, dass es keine gäbe, aber es gibt zu wenige. Es gibt hingegen eine Menge negative Verhaltensmodelle. Wenn Jugendliche sehen, dass ihre Kumpels nicht zur Schule gehen, können sie sagen, ach gut, dann gehe ich ja auch nicht hin. Wenn ich sehe, dass morgens sehr viele Leute gar nicht aufstehen, weil sie arbeitslos sind, muss ich mich vielleicht auch nicht bemühen. Das heißt also, die Verfestigung besteht darin, dass sozusagen die negativen Modelle immer weiter sich ausbreiten. Brennpunkt Nummer 3, der Duisburger Stadtteil Marzloh. So sieht sich die Stadt Duisburg selbst. Als Rheinmetropole und Zentrum des deutschen Wirtschaftswunders. Duisburg ist ein lebendiges Industriedenkmal mit hohem Freizeitwert. Aber Duisburg kann auch ganz anders aussehen. Der Stadtteil Marzloh war einst eine beliebte Wohn- und Einkaufsgegend. Heute jedoch stehen viele Wohnungen leer. Wer kann, zieht hier weg. Wer bleiben muss, hat meistens keine Zukunft. Hier hat man keine Perspektive außer Drogen, Kriminalität und Waffen und so. Das ist das Einzige, was man hier hat. Das ist das Brodelt halt hier. Wir haben ja hier einige Probleme. Die Polizei traut sich mittlerweile nur noch in Mannschaftsstärke in diesen Brennpunkt. Also ich würde Duisburg-Marzloh schon so definieren, dass das in Teilen, in einsetzenden Straßenzügen, No-Go-Airways sind. Die Arbeitslosenquote in Duisburg-Marzloh liegt bei 16 Prozent. 70 Prozent der Bewohner haben einen Migrationshintergrund. Die Polizei verzeichnete im Jahr 2014 2.800 Straftaten und das bei nur 19.000 Einwohnern. August 2015. Weil die Schlagzeilen über Bandenkriege, Jugendkriminalität und verfeindete Clans kein Ende nehmen, besucht Angela Merkel den Duisburger Stadtteil. Die Bundeskanzlerin will ein Zeichen setzen und zeigen, dass sich die Politik auch um soziale Brennpunkte kümmert. Die Reaktionen der Anwohner auf ihren Besuch sind gemischt. Das war vielleicht eine PR-Aktion für sie. Für den Umkreis Marxo, denke ich, hat das erstmal nichts gebracht. Sie war auch vorher nicht gekommen. Marxo ist nicht erst seit gestern oder seitdem es erst seit ein paar Wochen in Medien ist, so wie es heute ist. Also es hat sicherlich nichts gebracht, außer für sie vielleicht in den Medienpräsenz zu sein und so zu tun, als würde es ihr wichtig sein. Wenn Hilfe aus Berlin kommt, dass wir halt unterstützt werden mit unseren Problemen, sei es die Krankenkasse, sei es jetzt auch der mediale Hype, sei es jetzt die Polizeieinsätze, die jetzt hier sind, und dann hoffe ich schon, dass es eine gewisse Nachhaltigkeit hat. Laut den Anwohnern hat sich nach dem Besuch der Kanzlerin nichts verändert. Halil Öset ist in Marxloh aufgewachsen. Vor zehn Jahren zog er weg, um der Perspektivlosigkeit des Viertels zu entfliehen. Heute lebt er wieder in Marxloh. Er hält die Negativschlagzeilen für überzogen. Das Image ist halt, Marxo ist gefährlich, Marxo ist ein No-Go-Area. Das stimmt nicht, definitiv nicht. Also unter einer No-Go-Area verstehe ich was anderes. Klar haben wir Probleme, diese Probleme sind aber durch Arbeitslosigkeit und Armut ausgelöst. Also von daher brauchen wir Arbeitsplätze. Und wir brauchen halt, wenn wir keine Arbeitsplätze haben, Unterhaltung, damit wir halt nicht abrutschen. Ein frommer Wunsch. Die Wirklichkeit sieht anders aus. Die Wohnsituation vieler Menschen hier ist desolat. Die Häuser verkommen, die Hinterhöfe vermüllt, die Decken undicht. Polizeieinsätze in Marxloh finden nur noch in Mannschaftsstärke statt. Im Stadtteil gibt es mehrere Clans, die um die Vorherrschaft konkurrieren und keinen Respekt vor der Polizei haben. Die Polizeigewerkschaft beklagt, dass zu viele Armutsflüchtlinge in Marxloh einquartiert werden, die nach ganz eigenen Gesetzen leben. Das Kernproblem in Marxloh ist eigentlich, dass sich da die staatliche Ordnung in Frage stellt, weil einige Gruppen den Staat als solches nicht mehr respektieren. Und letztendlich dann auch die Polizei. Das heißt, die Durchsetzungsfähigkeit der Polizei hat da stark gelitten. Auch geht einher mit einer Respektlosigkeit gegenüber der Polizei. Beim Einschreiten können die Beamten im Regelfall nur mit mehreren Streifenwagen dort eingesetzt werden, weil sich sofort eine Menschenmenke bildet, die dann die polizeilichen Maßnahmen behindert. Insbesondere, wenn es um Festnahmen geht oder auch um Identitätsfeststellung. Also manchmal aus nichtigen Anlässen auch. Klaus Krönke ist stellvertretender Bürgermeister von Marxloh. Wir treffen uns mit ihm in einer Straße, in der schon mehrfach Kamerateams angegriffen wurden. Solange er dabei ist, sind wir sicher, sagt er. Krönke würde gerne mehr für die Menschen hier tun. Man muss zweiseitig rangehen. Also einerseits hilft eine Polizeipräsenz, erstmal alles wieder auf ein gewisses Niveau zu bringen. Dass also gewisse Gruppen, die es hier im Stadtteil gibt, auch wissen, sie haben unsere Rechtsordnung anzuerkennen. Was natürlich dann noch wichtig ist, ist die, sag ich mal, integrative Begleitung. Die wiederum die Stadt schultern muss aus Mitteln, die sie nicht hat, weil Duisburg ist eine Nothaushaltskommune. In Marxloh war der Ausländeranteil schon immer recht hoch. Früher war das kein... In Marxloh war der Ausländeranteil schon immer recht hoch. Früher war das kein Problem. Alteingesessene und Migranten lebten einträchtig zusammen. In den letzten Jahren ist das gekippt, auch wegen einer verfehlten Flüchtlingspolitik. Soziale Brennpunkte existieren auch in Städten, wo man sie nie vermuten würde. Unsere nächste Station ist München. Die bayerische Landeshauptstadt bezeichnet sich selbst als Weltstadt mit Herz. München ist reich und zeigt das auch ziemlich ungeniert. Jahr für Jahr zieht die Stadt Millionen von Touristen an. In den Stadtteil Neuperlach verirrt sich nur selten ein Besucher. Die Trabantenstadt aus den 60er Jahren war lange Zeit der soziale Brennpunkt der bayerischen Hauptstadt. Aber mittlerweile hat sich die sozial schwache Klientel auf mehrere Stadtviertel verteilt. Der S-Bahnhof Sollner. Der Fall Dominik Brunner sorgte bundesweit für Aufsehen. Der 50-Jährige wurde von zwei Jugendlichen brutal zusammengeschlagen, nachdem er vier Schüler vor den Schlägern beschützt hatte. Seine Zivilcourage bezahlte der Manager mit dem Leben. Dominik Brunner ist kein Einzelfall. Immer wieder kommt es in S- und U-Bahnen zu brutalen Attacken. So treten zwei Jugendliche einen Rentner zusammen, der schwer verletzt ins Krankenhaus kommt. Und im Zwischengeschoss der U-Bahn kommt es zu einer Schlägerei zwischen mehreren Männern, die sich schließlich in einem Waggon fortsetzt. Niemand greift ein. In der Eisenbahnhalle des Deutschen Museums veranstaltet die Dominik Brunner Stiftung, die nach dem Tod des Geschäftsmanns ins Leben gerufen wurde, daher nun Verhaltenstrainings für Bürger. Hier lernen die Teilnehmer von Polizisten, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie mit brutaler Gewalt konfrontiert werden. Es gäbe auch die Möglichkeit zu sagen, wir machen jetzt ein Selbstverteidigungstraining, aber unsere Philosophie hier ist ja eine ganz andere. Wir wollen einfach gerade den älteren Menschen einfache Tipps vermitteln, wie sie selber helfen können, ohne dass sie in Gefahr geraten. Ein Polizeibeamter schlüpft dafür in die Rolle eines Täters, der mit einem Messer bewaffnet ist und in der U-Bahn einen Fahrgast ausrauben will. Hallo, ich möchte das nicht. Das Messer weg. Rufen Sie die Polizei, bitte sofort. Gut, 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 gut. Halt, Stopp, Halt, Stopp, Halt, Stopp. Da sichern wir dich umsonst, gut. Jetzt beruhigen wir uns alle wieder, ja. Und mein Kollege hat dieses gehabt. War das jetzt besonders gesund von hinten? Ich glaube nicht. Wir haben nur, wir haben nur ein Leben. Und was wollte mein Kollege von Ihnen haben? Geld und Handy. Was ist wichtiger? Geld, Handy oder Leben? Leben. Leben. Was machen wir? Ja, ich hätte es ihm geben sollen. Richtig, es ist ungesund. Es ist ungesund, so zu reagieren. Ja, ich fahre sehr viel mit den öffentlichen Verkehrsmitteln, auch spätabends, sehr früh am Morgen und habe da immer wieder ein ungutes Bauchgefühl. Und das zu Recht, wie diese Videoaufnahmen aus einer Überwachungskamera beweisen. Zurück nach Neuperlach. Die Stadt München lässt sich dem Problembezirk einiges kosten. Anders als in Köln oder Duisburg gibt es hier viele Angebote für Jugendliche oder Migranten. Also es ist in München natürlich nicht so schwierig, weil München einfach Geld hat. Also München hat wahrscheinlich in den entsprechenden Gebieten dieselben Probleme, nur da kann einfach der Oberbürgermeister mal hingehen und sagen, dann stellen wir jetzt halt mal noch 100 Leute beim Ordnungsamt mehr ein und packen den 50 Integrationslotsen dazu. Wir in Duisburg müssen in den nächsten Jahren hunderte städtische Stellen abbauen und laufen eigentlich schon am Limit. In München hingegen ist das Geld für Integrationsangebote da. Hier bietet Ramazan Varisli seit über 20 Jahren Kurse im Thai-Boxen für Kinder und Jugendliche an. Eine präventive Maßnahme, die die Jugendliche von der Straße holt. Sie sind beschäftigt, pauren sich aus und kommen erst gar nicht auf dumme Gedanken. Und wenn ich dann mal alleine nur höre, dass jemand, sag ich mal, in die Richtung gehen würde oder so denken würde, schreite ich sofort ein. Also wie gesagt, nach vier Wochen, also viermal die Woche Training, bleibt eigentlich weder Kraft noch Power, um jetzt irgendwie was anderes. Die reagieren ganz anders auf so eine Situation. Die sagen einfach, ach, brauche ich nicht. Also wie Leute, die jetzt, sag ich mal, gefrustet sind, die nicht wissen, wo sie es, sag ich mal, hin tun sollen, die machen sowas. Aber jemand, der wirklich konsequent Sport, auch Kampfsport macht, macht sowas nicht. Die Jugendlichen in diesem Kurs kommen in der Regel aus schwierigen Verhältnissen. Zwar wird in München für sie mehr getan als in anderen Städten, aber auch hier könnte noch mehr passieren, findet der Boxtrainer. Also das, was ich mir am meisten wünschen würde, wäre einfach, dass es mehr Betreuer geben würde für einige Jugendliche. Die halt wirklich, wenn man merkt, okay, die haben es nicht leicht, also jetzt müssen nicht unbedingt Gewalt sein oder sonst etwas, wenn jetzt die Mutter alleinerziehend ist, dass man denen einfach noch mehr Unterstützung macht. Weil ich finde, also ich kenne viele Jugendliche, die betreut sind, also, und da sollte wirklich dann immer pro Jugendlicher ein Betreuer sein, wo der wirklich dann sich um seine Angelegenheiten kümmert. Das Beispiel München zeigt, dass es Möglichkeiten gibt, den Kreislauf aus Perspektivlosigkeit, Frustration und Gewalt zu durchbrechen. Aber das kostet Geld. Die letzte Station unserer Reise durch die sozialen Brennpunkte, die Hamburger Stadtteile Bildstedt und Bilbrug. Hamburg, das Tor zur Welt. Die Hansestadt mit dem nordisch unterkühlten Image gehört zu den deutschen Städten mit den meisten Millionären, ist weltoffen und reich. Aber die Elbmetropole hat auch ein anderes Gesicht. In den kalten Plattenbausiedlungen der Stadtteile Bildstedt und Bilbrug leben Menschen ohne Perspektive und Menschen voller Angst. Wenn man das so sieht, ja, abends traue ich mir, also nach 8 Uhr hier nicht mehr rumzugehen. Man kriegt hier irgendwer in die Fresse oder man wird belästigt oder sonst ähnliches. Es ist einfach nur die Perspektivlosigkeit. Ein Großteil hier vorne weiß nicht, was er zu tun hat, was er zu tun hat, was er zu machen soll. Sehen Sie gleich. Groß Einsatz für die Bildstedter Polizei. Droht eine Abrechnung unter Jugendgangs? Soziale Brennpunkte in Deutschland. Ein Sammelbecken für Menschen, die sich an keine Regeln mehr gebunden fühlen. Diese Polizeistation ist für die Hamburger Problembezirke Bildstedt und Bilbrug zuständig. Die Beamten dort haben die höchsten Einsatzzeiten, denn hier werden die meisten Straftaten verübt. Polizei-Oberkommissar Christian Kabel und sein Kollege Derek Pahl werden zu einem Einsatz in Bildstedt gerufen. Die Zentrale gibt Einzelheiten durch. Da es in Bildstedt immer wieder zu Ausschreitungen zwischen rivalisierenden Gangs kommt, fordern die Beamten weitere Streifenwagen an. Denn zu zweit wären die Polizisten hoffnungslos unterlegen. Bildstedt ist halt ein sozialer Brennpunkt und das, denke ich, ist im Laufe der Zeit auch immer schlimmer geworden. Wir haben hier wenig, sag ich mal, Normalbevölkerung wohnen. Wir haben hier zwar auch Einzelhausbebauung, aber es ist immer wieder umsiedelt von Ghettos, von Hochhaussiedlungen. Seit Jahren in Hamburg sind wir immer auf Platz 1, was zumindest die Einsatzbelastung angeht und die Einsatzzahlen. Was ja auch dementsprechend dafür spricht, dass hier entsprechende Klientel wohnt und sich entsprechend verhält. Also Schlägereien und dergleichen, das ist, kann man eigentlich schon sagen, an der Tagesordnung. Und das ist auf jeden Fall ein Problemstattteil. Christian Kabel und Derek Pahl treffen wenig später vor Ort ein, wo sich tatsächlich mehrere junge Männer zusammengerottet haben. Die Polizisten haben den Verdacht, dass sich die Jugendlichen dort zu einer Prügelei verabredet haben. Vielleicht, um eine offene Rechnung zwischen rivalisierenden Gangs zu begleichen. So Leute, was ist los hier? Jetzt wir klären eine Sache. Was ist denn mit Ihnen? Ja, was ist denn mit Ihnen? Antworten erhalten die Beamten nicht. Sie können nicht mehr tun, als die Personalien festzustellen. Ohne dringenden Tatverdacht ist das normalerweise nicht zulässig. Aber wie ihren Kollegen in Leipzig wurden den Hamburger Polizisten Sonderrechte eingeräumt. Es hieß, die wollten hier irgendwas klären, was auch immer das heißen mag. Eventuell wollten sie es schlagen oder hatten eine andere Gruppierung, das weiß ich nicht. Man kriegt da auch nicht unbedingt immer Informationen von denen. Und deshalb überprüfen wir die jetzt mal und dann werden wir die des Platzes verweisen, damit es hier keine Überwürfe gibt oder wie auch immer. Da noch keine Straftat begangen wurde, bleibt Christian Kabel und seinen Kollegen nichts anderes übrig, als die Jugendlichen vom Platz zu scheuchen. Ihr kriegt hier alle einen Platzverweis für die Örtlichkeit, Umkreis 100 Meter bis Mitternacht, 0 Uhr. Platzverweis, wer sich nicht dran hält, geht in die Zelle. Präsenz zeigen und durchgreifen, bevor etwas eskaliert. Das ist die Strategie der Polizisten im härtesten Revier Hamburgs. Wenn man auch mal überprüft wird, wenn die wissen, oh Mann, die Polizei, die haben sich jetzt meine Personal notiert und dann lasse ich dann doch mal lieber heute sein und baue keine Scheiße. Kann bei dem einen oder anderen mal was bringen. Bei den Älteren wahrscheinlich, die interessiert das nicht. Die ziehen dann trotzdem ihr Ding durch. Ihr Ding ziehen sie in Brennpunkten wie Billstedt durch. Allein im Jahr 2014 hatte die Polizei hier 30.000 Einsätze und musste 14.000 Strafanzeigen aufnehmen. Die meisten davon wegen Körperverletzung, Diebstählen und Drogendelikten. In Billstedt hat jeder zweite Bewohner einen Migrationshintergrund. Und junge Migranten sind besonders gefährdet, Halt und Anerkennung in kriminellen Gangs zu suchen. Du bist nicht mein Gott! Ich bin mein eigener Herr! Das Video zeigt, wie aggressiv die Stimmung unter den Jugendlichen ist. Auch die Polizei ist immer wieder Pöbeleien ausgesetzt. Hamburg-Billstedt ist ein Pulverfass, das jederzeit explodieren kann. Ja, sag mal so, in den 90ern war ich ja richtig schön. Da kannte man sich jeden, wie gesagt ich, aber heutzutage sind so viele, das ist auch sehr gefährlich. Für die Waldierung, Raub, Diebstähle. Also man kann nicht mehr nachts hier einfach mal irgendwo sitzen und einen chillen oder so. Und das geht nicht mehr. Die Zeit ist vorbei. Man kriegt hier irgendwie in die Fresse oder man wird belästigt oder sonst ähnliches. Für andere Bewohner ist das, was Osman Güll beklagt, kaum der Rede wert. Körperverletzung, illegaler Drogenhandel. Wir sind hier doch aufgewachsen. Das ist doch ganz normal. Wenn sie zum Beispiel in Einbick, sagen wir mal, aufgewachsen sind, fühlen sie sich doch wohl. Und so ist es auch bei uns so. Seit der Geburt hier. Aber vor allem die älteren Menschen fühlen sich in Beelstedt schon lange nicht mehr wohl. Abends traue ich mir, also nach 8 Uhr hier nicht mehr rumzugehen. Ich als alte Frau kann nicht hingehen und sagen, du, 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 du musst das jetzt so machen. Es muss eine allgemeine Gesellschaft auftreten und sagen, bis hierhin und nicht weiter. Samer Ismailat ist Sozialarbeiter und kümmert sich um die Jugendlichen im Viertel. Dort leben viele Großfamilien auf engstem Raum. Und das führt zu Konflikten. Ich würde sagen, dass die 2-3-Zimmer-Wohnungen meistens nicht ausreichen für 6- oder 8-köpfige Familien. Ich glaube, sie sind froh, erstmal ein Dach über den Kopf zu haben. Aber ich kenne die Wohnsiedlung schon seit 3-4 Jahren und ich weiß, dass hier die Zustände nicht so gut sind. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass man hier glücklich werden kann. Sozialpsychologe Professor Jürgen Friedrichs fordert einen ganzen Maßnahmenkatalog für soziale Brennpunkte. Um die Situation zu verbessern, geben wir es vielerlei Möglichkeiten. Eins habe ich aufgezählt, Sozialarbeit. Das zweite wäre in der Tat stärkere soziale Kontrolle. Das dritte wäre, der Eingriff der Kommune, wenn es geht, nicht weitere Problemfamilien in solche Gebiete einzuweisen. Das wäre schon mal ein ganz wichtiger Schritt. Das andere wäre, die Grünanlagen zu stärken, soziale Veranstaltungen zu schaffen, an denen die Leute sich treffen können. Und das Allerwichtigste wäre eigentlich, dass sie Arbeit finden. Die Beamten der Polizeistation Billstedt sind in der Problemsiedlung verstärkt auf Streife, in der Hoffnung, Straftaten im Vorfeld verhindern zu können. Auch sie beobachten, dass die Stimmung im Viertel immer angespannter wird und kennen auch die Gründe dafür. Wir haben hier verschiedene Kulturen, die aufeinandertreffen, die aus verschiedenen Gründen nicht arbeiten können, wollen oder dürfen. Das führt dazu natürlich zu einer gewissen Unzufriedenheit hier unter den Bewohnern und dann auch zu Streitigkeiten. Man versucht das Ganze zu überspielen mit Alkohol, mit Freizeitbeschäftigung, die darin enden, dann in der Kriminalität. Man muss sich davon frei machen, nicht jeder, der hier wohnt, ist gleichzeitig auch kriminell. Wie sehr es hier gärt und brodelt, wird deutlich, als die Beamten gehen. Das muss man an sich abprallen lassen, zumindest in dieser Situation eben. Das kann man sich nicht alles zu Herzen nehmen. Bislang hat die Stadt Hamburg nicht viel unternommen, um den Brennpunkt zu entschärfen. Aber das wird sich eines Tages rächen. Ich glaube, dass der Stadtteil noch nicht eine rechtsfreie Zone ist, aber dass zum Teil die staatlichen Autoritäten nicht anerkannt werden. Und wenn jetzt nicht eingeschritten wird, dass dann natürlich die Gefahr ist, dass das ein rechtsfreier Raum wird. Und deshalb ist es unheimlich wichtig, dass die Polizei dort jetzt auch Flagge zeigt. Deutschland im Jahr 2015. Ganze Stadtviertel verwahrlosen und geraten außer Kontrolle. Denn Kriminalität ist die hässliche Schwester der Armut. Für die Polizei sind ganze Straßenzüge zu No-Go-Areas geworden. Hier herrschen nicht selten Familienclans, die ihre eigenen Gesetze aufstellen. Um die Stadtteile aus der Spirale aus Gewalt, Armut und Hoffnungslosigkeit zu befreien, müssen Kommunen, Länder und Bund endlich gemeinsame Lösungen finden und vor allem finanzieren. Denn die Armut in Deutschland nimmt zu und neben Kölnberg, Wildstedt oder Marxloh werden weitere soziale Brennpunkte entstehen.